Hallo alle zusammen. Der Uni-Erfrischungsraum ist wieder für euch da. Von Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr könnt ihr uns gerne hier besuchen kommen. Wir bieten euch frisch belegte Brötchen an oder auch Salate und Kaffee. Wenn die Situation sich bessert, freuen wir uns natürlich auch, wenn wir euch wieder unser komplettes Programm anbieten können. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, wir sehen uns, euer Erfrischungsraum. Im Ausland especial zu Pameln. Sollte Brötchen in die Zeit. Sollte Brötchen, sollte Brötchen anbieten sich das Gleiche um das Gleiche um bei der Abnüllung zu lösen. Sollte Brötchen.